Das war ein Befehl! Der andere Stein, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Hat ihr Fragen, sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, weit ist das alles genau! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederzterrestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... ...ist als Feiglinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschneusen des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wenn man Messerkabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion in Luppe hingert! Das hat mich jeden nur als fünf Kittel... ...widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getraut! Von daher alle höheren Offiziere legitimieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gesteilt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Verräter!